Das Nebelzimmer da unten ist auch total überfüllt. Hey, wenn du hier aber schüttelst, dann werden wir drei ein rechter Table-Dance. Mit Melkleb im Bikini und rote Schraps. Der andere Stand, das ist kein Problem, das lässt sich dann schon einrichten. Mit Melkleb im Bikini und rote Schraps. 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 Anja! Oh, nein. Das geht aber auch wieder so unten. Die nehmen wir aus Stilzwasser. Sag mal, spitzst du. Waffe, kannst du wollen die Osserze? Die Schraps sagen? Ich nehme einen Haufen. Setzt, auf die Beech. Setzt, auf die Beech. Jetzt hab ich schon ein Gemeinwetter. Wir laufen noch des Apfel. Wir laufen noch des Apfel. Genießen wir. Kein Set am Strand natürlich. Das ist ein Cocktail. Was mit dem sonst? Also. Wir nehmen hier so Sexdinger. Das sind die eigentlich, gell? Also, das freue ich mich an. Wenn das so wieder so langweilig gut wie gestorben wird, dann geht es nicht. Super. Sagen wir mal ab. Jetzt sind wir noch eben erst gekommen. Hat mich doch nichts dafür, dass gestern die passenden Männer dort waren. Ja, das ist gut. Kornhäuser brauch uns Geld. Das mach ich nicht, der Kornhäuser. Ja, nach der Eune. Der hat immer Rumpf. Das ist gut. Aber wir ihn noch fort hatten. Ob er mit einer Seifel. Seid doch der Wille beim Bier tanzen. Und keine Mumien schieben. Und so eine Sprechheit. Oh mein Gott. Und so eine Sprechheit. So, oder? Bitteschön. Wir machen welche jetzt draußen. Es ist kein Arme für besser wäre, gell? Es ist einfach. Ich habe eigentlich schon die Hörer am Ebertisch entdeckt. Die wäre doch etwas für euch. Ein Spannengast für uns. Und seine italienische Geschäftsfreude. Ohhhhhhh. Ohhhh. Sag'n sie mir Sprech? Italieo. Italieo. Sind die Freude? Steh'n der Wölf. Die Mahl den ganzen Tag. Amor. Der Olin sieht aus wie der Lucatoni. Der hat weder Bein gekinnt hat. Aber jetzt fängt er doch so aus. Es sieht ja gut aus. Welches ist der Lucatoni? Welcher? Der Große mit dem Bart. Der sieht doch jetzt nicht aus wie der Lucatoni. Verwechselst du das jetzt mit dem Mini-Olin? Also wenn man der Olin sieht wie der Lucatoni, sieht ja eher jung aus wie mein Spiegel. Aber es bringt uns doch alles mit. Wir kennen doch gar von Italien. Wie sollen wir uns denn die Bühne unterhalten? Oh je! Oh ihr Liebchen! Jetzt mach doch keine Sorgen. Wenn der Lucatoni schon recht wenig schwätzt. Und bei Amore noch mehr! Nein! Aber so wie ich es glaube, so gehe ich jetzt schon wieder rum. Ich nehme jetzt Kontakt hoch. Sorry! 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 Sorry, Regina! Ja! Mensch! Jetzt sag doch nur ein bisschen. Ich möchte nicht Italienisch! Du spinnst! Ich kann nicht gut Freunde bei mir an erwatschen! Außerdem können die gar kein Italienisch! Wir sind doch die Italiener! Und wir kriegen keine Italienisch! Und wir kriegen keine Italienisch! Ja, das ist aber jetzt so ein Blick! Also! Dann mach ich jetzt halt selber! Das ist halt nicht so jung. Der könnte auch noch die saubern! Nur die Straße! Oh no! Oh no! Oh no! Buonasera, signorita! Oh! Mi chiamo al... Pomodoro! Vieni al Funghi! Cagliatelle, prosciutto! Pisa salami! Uno momento, per favore! Sagt mal, dass du es verstanden hast. Noo, aber du musst du immer! Das war die halbe Spesenkanne vom Italiener. Meine Damen, Sie gestatten, dass ich Ihnen als Rollmatcher zur Verfügung stehe. Darf ich mich vorstellen, mein Name ist Dr. Dr. Müller-Kliefensee und das ist mein Freund Senior... äh... ...DON CAMILO! Ja, super! Ein Charme! Mein Freund ist ein kleiner Witz, Gold. Seine Frau in den Händen immer so, weil er das Bibel kennt von DON CAMILO! Mein Gott, jetzt pass doch mal auf, die Welt! ... ... ... Ich bin hier auf Giuseppe! Giuseppe, Giuseppe, Werth! Werth, ihr habt doch jetzt gar nix g'sein! Los, jetzt stell du die Augen auf! Jetzt ist es! Ich bin hier! Ich bin hier! von der Kirche die 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 Und, naja, darf ich dir dann vorstellen? Das ist jetzt Pega! Und das ist Gerlinde! Das ist Erika! Und ich rede mal Margarita! 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 Wie Pizza ohne Arsch! Möchtet sich die Heirat gleich zu Orts hersetzen? Oh, Sissi! Va bene subito! Oh! 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 Oh!